Ich glaube nicht, dass Dragon Ball im Battle Pass kommt. Von mir aus kann die Season direkt aufhören, Leute. Nächste Season, komm abwass. Aber dann direkt mit permanent No-Build-Arena-Modus. Ja, Bro, was ist das, Alter? Boah, es sind richtig viele Leute, ne? Das ist die halbe Lobby bei mir. Irgendwie drei Leute oder so. Was, bei die halbe Lobby? Halbe Lobby? Halbe Sehntchen? Lass da hin, wo bist du erst? Wie kommst du mir? Ja, warte. Bei mir ist ein Gegner, Dinger. Ja, hier links unten sind die Bro. Drinne bei dir? Okay, warte, ich komm von unten rein. Die kommen hoch, Bro. Hat gute Hits, ich muss nachwarten. Er ist one. Bro, hä? Alter, nervt du noch mehr, der Junge. Die hat chillt, die hat chillt. Ja, nimm, nimm, nimm. Let's go. Dass ich das erleben darf. Komm mal mit, hier links unten waren auch noch welche. Rechts unten. Warte, 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 warte. Mal ein Problem mitnehmen. Komm mal, ich hab Splashes noch. Sehr gut. Das ist immer Krebs gerade, Tom. Bro, hier ist full. Hier ist full house. Die werden direkt auf uns schießen. Einfach halt in secret. Komm, Straße überqueren. Da oben, Bro. Der hat mich gesehen. Hat Hits. Ich hab gleich keinen Mut mehr. Das wird ganz krise schlimm. Wir müssen nicht schnell kämen, Bro. Du hast einen Kampel, oder? Bro, er hat Impuls, er hat Impuls, er hat Impuls. Hier bei mir. Da brauche ich mich weg. Aber er hat gute Hits kassiert. Das sind zwei, Bro. Das sind zwei. Ich komm zu dir. Bro, bist du da hinten? Ich warte hier erstmal. Ich hab einen. Die schießen auf mich. Ja, komm mal, komm mal. Ich muss mich kurz sagen. Ich pushen, ich pushen. Ich pushen, ich pushen. Wahrscheinlich. Ja, warte. Ne, der hat ab, der hat ab. Hast du Schrotmund für mich? Leider nix, Digga. Ich muss irgendwie sagen. Ich weiß auch nicht, aber so ressourcentechnisch ist das hier alles so schlecht, weißt du? Ich hab kein Moon, kein nix, Digga. Ja, kein Moon, kein Schild, kein nix, Prostidonymosis. Ich komm hier hoch, ne? Ey, Angelo, du drehst ja komplett durch jetzt. Wir sind vor uns hier, Bro. Anzeigst du deine Eltern? Gar nicht. Warum soll ich meine Eltern zeigen? Ich bin hier Mister privaten Person. Hier wirst du gefühlt noch gar nichts über mich haben, weil ich sage, meine Eltern zeigen. Es gibt vieles über mich. Aber sowas will ich nicht zeigen. Brauchst du wieder schön sein Strom? Ja, hier, hier, hier. Nimm, 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 nimm. Ich bin Mister geheimnisvoll. Let's go. Okay, komm, lass die Blocken da wieder. Vor uns, hinter der Handstelle. Solche privaten Sachen werden nicht angezeigt. Ja, ich komme. Lass unten, die Schieße von links, pass auf. Sehr gut. Der ist von der ist von der ist von. Da kommt von rechts immer drauf. Der ist auch so einer. Warte, warte, ich versuche ihn zu snipen. Der analysiert. Bro, ich muss abholen. Ich hab, äh, kein Loom-Lad. Ja, Bro, die treffen auch wirklich alles. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ich weiß noch niemand von wo. Von da oben, Digga, WTF. Ja, ab, Bro, ab, Bro. Guck mal, er kennt auch, er kennt auch. Hier kannst du mich wieder blicken. Sobald ich Puls sponieren muss, du aufpassen. Hast du einen Puls? Leider nicht. Links, 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 ja, ja. Sind zwei, sind zwei, lass das. Versuch mal abzuhauen. Parkour, 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 parkour. Ich block die, ich block die. Na gut. Hau mit Boot ab, hau mit Boot ab. Versuch, Kebskei zu holen und danach. Ja, genau, du holt nämlich. Also das wirklich irgendwie, Leute, ich feiere eigentlich den No-Bild-Arena-Modus, aber du hast ja wirklich gar nichts, Digga. Die ganze Zeit. Das geht ja nicht mal darum, wer der bessere ist. Das geht einfach darum, wer den besseren Loot hat. Ja. Und das checke ich irgendwie nicht, das war kein Arena-Modus. Wer hat besseren Loot, der überlebt länger. Ja, geil. Ich riskiere Jungs, okay? 3, 2, 1. Wenn Spider-Man kommt, ist für mich auf jeden Fall Spider-Man safe. Da kommt Spider-Man eventuell? Da kommt Spider-Man, äh, Mittel? Mittel zum Zweck. Hast du schon mal deine Eltern gezeigt? Auch man die, ne? Nee. Ja, was ist das für eine Frage, Leute? Warum sollen wir unsere Eltern zeigen? Was wollt ihr eigentlich? Warum wollt ihr unsere Eltern sehen? Lasst mal unsere Eltern in Ruhe. Ihr wisst nichts über unsere Eltern. Lasst die Eltern in Ruhe, ey. Okay. Denkt dran, 200 Sekunden habt ihr noch, ne? Stellt euch mal vor, die standen diese Eltern und meine Eltern schwiegen zusammen Fortnite. Bro, nimm doch die Kralle damit. Wo denn, Bro? Digga, du passt ja gar nicht auf, die waren vor dir gewesen. Hab ich nicht gesehen, in dem Moment hab ich auf Chat geguckt. Dann hol mir meine Karte vielleicht damit. Ja, müssen wir gleich machen. Das Ding ist, lass mich doch kurz hoch ein, Bro, weil das ist gefährlich, wenn ich jetzt den gehe. Ich werd mich beeilen. Geil, ich krebs grad auf die Basis. Geiles Teamwork, Jungs. Ah, ich geb mir Madkid, Bro, wegen 22 abhören und dann können wir mal gucken, ob ich dich holte. Ja, nice. Ja, hier, komm, mach Stöcker, hier, mach Stöcker an. Hast du irgendwas gefunden gerade? So Schockwelle, Mockwelle? Ich muss mich jetzt beeilen. Versteck dich hier, ich komm gleich wieder. Und wenn ich diese Mission nicht packe, musst du diese Mission beenden. Dann musst du auch meine Karte holen, ja? Ja. So, das reicht jetzt. Die paar HP jucken jetzt auch nicht. Und Abfahrt. Guck mal, was ist denn das? Spider-Man, Leute, ihr wisst, wir haben... Ich war halt... Ich war halt der Krasseste, was so Spider-Man-Schwingen anging. Man nannte mich auch Spider-Sview, wisst ihr noch? Und deshalb werden wir auch easy das schaffen. So. Und auf Wiedersehen. Aber jetzt hat Spider-Sview leider keine Möglichkeit, sein Spider-Netz zu usen. In 10 Sekunden erst. Ja, ich lieb's kalt. Und da ist jemand. Acht, wie lange willst du Cooldown haben, das Game? Einfach 5 Jahre. Ich hab immer noch Cooldown. Was ist das? Reicht doch langsam, Jungs. Und bei dir geht er? Ja, übe Cooldown. Ja, übe Cooldown. Oh, da kommen auch welche. Oh, da kommen auch welche. Der links kam auch welche. Die schwimmen grad rüber. Gibt's grad auf die Mittelinsel. Lass mal rechts lang gehen. Was wollt ihr von mir? Ja. Kack. Feste Werbung. Ich feier euch. Wir sind wieder zusammen. Kuss, Bro. Kuss. Erstmal aus Prinzip. Die Leute, die dann niedergestreckt sind, einfach eliminieren. Prinzip ist einfach voll, ne? Bro, pass! Was? Bro, da oben sind Gegner, pass auf. Die ganze Welt. Bro, hier sind überall Gegner. Wir müssen abhauen hier. Bro, ich sag dir echt. Nehmt meine Kralle wenigstens noch mit. Krebskar, komm mal runter, komm mal runter, Krebskar. Das Problem, wir waren links. Hinter euch, da sind auch wieder zwei Leute. Ja, oben auch auf dem Berg. Das kannst du vergessen. Da sind auch zwei Leute, Bro. Komm hier, komm hier, komm hier. Hauptsache, wir haben... Links, Bro. Oh, S2 links um zwei. Ja, okay. Links oben sind auch noch zwei. Wir müssen hier warten, wir müssen hier warten. Da sind zwei, können die gar nichts machen, Bro. Wir müssen, glaub ich, nächste Runde echt außerhalb dann. Das ist... Guck mal, rechts, 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 Bro! 25! 25! Karkashi, über dir. Sehr gut, Krebskar. Bro, Krebskar ist da. Achso, ne. Hinter dir? Ich kann den nicht. Ich hab keinen Mund mehr. Ich hab einen Nook. Der wieder... Der beliebt ihn gerade wieder. Ne, Motorräder sind nicht da. Überall ist jetzt entgegen, Mann. Bro, das... Da kannst du echt nichts machen, ne? Die campen alle an einer Stelle, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich kann mich vielleicht hier in Tiltis holen. Ey, wenn man die Runde noch gewinnt, flass ich noch ein Besen. Ja, ich kann mich vielleicht hier in Tiltis holen. Ach, Chat, alles gut, das ist schon... Jahre her. Über 10 Jahre oder so. Was denn? Äh, gar nichts, wir wollen hier gute Laune haben. Komm, Abfahrt, let's go! Wurdest du geärgert? Ne, ich heiße ja nicht Stani. Der von S zu dem Ju immer geärgert wird. Und dann heulen zu Mami gerennen. Bro, ich warte noch kurz, weil... Mami, sie hat mich geärgert. Ich hab zwei Mad Sprays. Weil die campen sonst, die kommen sonst zurück, weißt du? Nein. Guck mal, da liegt noch ein Mad Spray da links. Also wenn jetzt Leute da noch campen, Bro. Das Problem ist, man muss jetzt sogar Angst haben wegen der Sturmkrankheit. Die dumm ist das. Ne, die kommt erst bei 45. Also irgendwie, wenn man 30 Sekunden von dort links ist. Lass mal nach rechts außen lang gehen, das hat keinen Sinn mehr jetzt gerade zu reingehen. Okay. Versucht mal hier noch Loot zu finden, weil ich hab Mad Sprays für euch. Wir müssen nach rechts auf den Berg auf jeden Fall hochgehen. Bro, ich bin gespawnt in der Luft. Attackieren die mich? Higa, lass mich doch in Ruhe, Junge. Ist egal, ist egal, ist nicht schlimm. Sie sehen die dich, Asyo? Ich glaub nicht, aber komm nicht zurück. Ich droppe euch gleich beide Mad Sprays, ja? danke danke die nerven so hart das ist doch sicher ist das stimmt aber wollen wir keine erzählen aber wir haben noch hier wir schaffen das haus werfen ich habe so viel werfen ich runter ja der kommt er kommt er kommt er kommt kann ich ihn anspray ich habe nichts mehr ich habe nicht jetzt bin ich auch da und krebs gerade warum hast du auf einmal mädchen oder wärst du sonst auch da und ja ich werde sonst auch da ach so ja dann dann dinger dann ist doch nein dann hätten wir dich aber zu doppelt wiederbelebt komme ich jetzt hier hoch wie komme ich jetzt hier hoch und die gerade von dem typen versuchen zu nehmen ich bin ja auch nicht gut in der fresh vision woher drei stunden noch alter ich bin ja noch drei stunden haben wir ihn irgendwo hier wiederbeleben in der leer ja such dir mal waffen oder so dass ihr ausgerüstet seid rechts noch loot drop ne wo ich glaube da sind leute ich weiß nicht ob ich das gehen soll wenn du dich frei alles lieber das machen wir müssen uns trotzdem beeilen in sechs sekunden fünfer hält gibt mir direkt ein flopper ich muss mir gleich ich habe mit neben noch kurz nach links der eines von der ist wirklich komplett das noch nicht abbekommen wenn wir den abbekommen ist er worden die kommen die kommen ist die fußbohren hat gute hits vor mir Aura 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 Jungs Aura is one wirklich ab 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 da hinten ist ich habe kein blue light wir fokussieren immer unterschiedliche Jungs warum das ist das letzte team guck mal was soll ich machen guck mal er überlebt mit fünf hopp wieder Jungs wissen wir schild ja das easy wir sind wir sind